Anschirren Anschirren heißt, dass man ein Pferd, ein Ochs, ein Esel mit einem Geschirr anlegt. Das heißt, wenn man also einem Tier etwas überlegt, damit es anschließend etwas ziehen kann, dann nennt sich das Anschirren. Also Anschirren heißt anspannen, letztlich dem Wagenpferd das Riemenzeug auflegen und mit der Deichsel verbinden, all das heißt Anschirren. Anschirren heißt auch, ist eine der verschiedenen Übersetzungen des Wortes Yoga. Yoga heißt Verbindung, Verbinden, Vereinigung, Praxis, aber Yoga heißt eben auch Anschirren. Im Yoga wollen wir den Körper anschirren, er soll zu unserem Zugtier werden. Wir sind das Unsterbliche Selbst, die Seele will den Körper nutzen. Und im Yoga können wir lernen, mit unserem Körper Gutes zu tun und Gutes zu bewirken.